Einen wunderschönen guten Abend allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream im Microsoft Flight Simulator 2020. Wir werden heute gemeinsam fliegen von Bremen nach Turin, das liegt in Italien, und dorthin fliegen wir heute mit ITER Airways. Das ist eine Airline, mit der wir bisher tatsächlich noch nie geflogen sind. Wir fahren, fliegen, fahren, fliegen, 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 fliegen. Ich sag immer hier fliegen. Nein, ich sag fahren, aber meine fliegen. So, viele Grüße schon mal ins Best-Of. Herzlich willkommen im Best-Of hier zu unserem Crashkurs Italienisch für äußerst Fortgeschrittene, heute mit Captain Pictures. Nee, Spaß beiseite, wir probieren aber zumindest hier partiell, ja, das halbwegs hinzukriegen. But to be honest, I do not really know now, which one we selected just one minute ago. Ja, I'm a bit Kurzzeitgedächtnis. Ja, I'm a bit Kurzzeitgedächtnis. How do you say that? Also, I cannot, I cannot remember certain things after a short period of time, because I'm a bit durcheinander. Sometimes it's a bit, um, oh, kann mir einer kurz helfen, was heißt es aber durcheinander? We are looking for the vocabulary, just give me one moment. You didn't find, oder I didn't find the word confused because I was confused. Ja, that's a very, very good Zusammenfassung, Ralf. A very good conclusion, not Zusammenfassung. Lufthansa, ach quatsch, äh, correction, ähm, Alitalia 1-1, Tango Papa, request, pushback. Nee, wir sind nicht auf Wetzirn, wir sind auf Discord. Äh, auf Ivao. Ah, herrlich. Wir sind, äh, wir sind, äh, wir sind verwirrt, ja, das, ähm, I could take a bit longer until you can move freely in the cabin after takeoff. But there is no need to be, ähm, äh, no need to be, ähm, yeah, no need to have angst to have, you don't need to have, ähm, ach, was heißt das? Also, WFA Verkehr, wir sind nicht WFA? Ah, ich bin schon ganz so verwirrt wie du heute. Ah, ich bin schon ganz so verwirrt wie du heute. Ah, ich bin schon ganz so verwirrt wie du heute. Behind next, die Parting, Leipzig, 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 Runway 27, und bleep behind. Behind next, die Parting, Aircraft, Lineup, wait, Runway 27, and wait behind, äh, Lufthansa, ach, er, aber, er, all Italia, one, one, Tango, Papa, mach dir nix raus, ich bin immer verwirrt, also, alles gut. Oh, das hatte ich auch krass gesagt. Oh, ja, 1,25 ist die Flugzeit heute in Abbruch. Ne, nach Karlsruhe. All Italia, one, one, Tango, Papa, jetzt geht's. Runway 27, cleared for takeoff, vielen, vielen lieben Dank fürs Lotsen, bis zum nächsten Mal, Lufthansa, ach, Air Berlin, all Italia, one, one, Tango, Papa, jetzt haben wir. Oh, Gott, was sollen die Leute hier wollen uns denken. Takeoff, 1,36. Ähm, ah, ja, RKA sagt, apropos Longhaul, er ist gestern von Frankfurt nach San Francisco in der 787 geflogen, wirklich, doch. Was war das denn? Was war das denn hier gerade für eine Turbulenz? Äh, ja, ja, ich hab gerade 27 FPS, ohne das hätte ich sicher 70 FPS. Kennt ihr die Funktion hier bereits? Die hat gerade der Gael hier, ähm, ne, der Alex geschrieben. Drückt mal im Fly-by-Wire auf die Videotaste. Grauen Spoiler ist noch armt? David, nein. Doch! David, Mensch, danke dir. Ja, ich hab auch gerade gesehen, die, die Autopiloten sind noch gearmt, die, äh, Autobreak ist noch gearmt. Ich hab die gerade hier mal über den Joystick auch ausgemacht. Äh, ich würd dann auch bei Akaso runtergehen. Ich seh auch gerade, äh, ein Tower ist wieder, äh, online in Rom, in Bern. Turin. Turin. Guckt euch das mal an. Großes Kino am Rande der Alpen, ja, also... Ganz toll hier in Venedig. Am Rande der Alpen in Venedig. Äh, nicht in, äh, Turin. Nicht in Venedig. Ah! Ja, Mensch, ich, das gibt's doch nicht. Muss ich mal hier richtig, äh, die Bremse reinhauen. Dass das jetzt klappt. Huah! Leicht neblig hier. 100. Und? Nein. Jetzt, komm! Er ist langsam. Komm! Reversers gehen raus. Reversers sind auf green. Herzlich willkommen in Turin. Wo ist eine Läch Orten? ... Und? Hu-이면, aus? Ja!